Du hast jetzt also die fluchse Idee gehabt ins Simracing einzusteigen und vor lauter Bäumen siehst du den ganzen Wald nicht mehr und weißt nicht was du so wirklich kaufen sollst oder womit du anfangen sollst? Gar kein Problem. Schau dieses Video und das wird dir weiterhelfen. Moinsen! Willkommen zu diesem wunderschönen Video inspiriert von Miezekratze. Ich beschreibe jetzt mal ganz kurz einen kleinen Vorfall und mal sehen wer sich ertappt fühlt und dann gehen wir da mal ein bisschen ins Detail. Dir wird irgendwo so ein Reel reingespült wo jemand sitzt und der ganze Sitz schüttelt ihn durch und das sieht super real aus und es stellt sich raus das ist Simracing und jetzt sagst du dir Mensch das will ich auch und los geht's. Du kommst also vielleicht auf einen Kanal wie diesen hier und guckst ein Video, guckst zwei Videos, guckst drei Videos, guckst vier Videos. Zwischendurch schreit auch mal die Frau bzw. dein Lebensabschnittsgefährte einfach mal in die Bude rein und sagt Schatz ich jetzt schlafen. Ja ich bin gleich fertig mit dem Video. Du guckst dein Video, guckst noch ein Video und noch ein Video und stellst dann fest, puh es ist 1 Uhr in der Nacht vielleicht sollte ich mal schlafen gehen. Nimmst das Handy mit und guckst noch ein Video im Bett und dann stellst du fest, dass du drei Tage, vier Tage eigentlich nur Recherche betreibst und dir dann deine Sachen, die du dir gerne kaufen möchtest, runtergebrochen hast auf vielleicht zwei Favoriten und wartest jetzt eigentlich nur, dass dir jemand sagt, das ist es, das kannst du kaufen und dabei passiert nichts Schlechtes. Ich denke wir hatten alle diese Situation mal, wenn es nicht unbedingt mit Simracing war, war es irgendwas anderes. Also ich selber fühle mich nämlich total angesprochen, wenn ich das so beschreibe. Ich habe jetzt hier sechs Punkte heute runtergeschrieben, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, damit es dir leichter fällt Entscheidungen zu treffen und damit du weißt, was du zuerst kaufen solltest und was du vielleicht später kaufen solltest. Denn der gute Mietzekratze, dankeschön übrigens an der Stelle für den super Fall, der da passiert ist, der mich zu diesem Video inspiriert hat. Denn Mietzekratze war so an dem Punkt, wo er gesagt hat, Mensch, ich kaufe mir jetzt eine Simmagic Alpha und baue die an den Schreibtisch ran. Und ich denke mir so, Moment mal, äh, Simmagic Alpha 15 Nm Schreibtisch? Die erste Frage war, sag mal, hast du einen Edelstahltisch oder so zehn Zentimeter dickes Holz? Und es war so, nee, normaler Schreibtisch. Und dann denke ich mir so, nee, Moment mal, das haut doch gar nicht hin. Du musst das doch alles nachher so weit runterdrehen, das ergibt doch gar keinen Sinn. Da brauchst du ja die Wheelbase dann gar nicht kaufen. Und deswegen gibt es jetzt sechs wunderschöne Punkte für dich. Erstens, du hast das jetzt also gesehen, du möchtest mit Simracing anfangen und sagst dir jetzt so, jup, das ist es. Bevor du überhaupt irgendetwas machst, versuch doch erst mal, ob du irgendwo einen Center findest oder einen Laden findest, wo du Probe fahren kannst. Es gibt beispielsweise in Licht den Simrace Shop. VHS gibt es beispielsweise in Stuttgart. Das ist die Virtual Racing Lounge. Da kannst du auch fahren. Am Nürburgring gibt es sowas. Es gibt in Hamburg solche Läden. Ihr müsst einfach nur mal nach Simracing Center bei Google schauen und dann wird schon was auftauchen. Wenn dem nicht der Fall ist, weil es ist ja großflächig, dann könnt ihr auch im Discord einfach zu uns kommen, einfach reinschreiben, hey Leute, wohnt irgendjemand hier in der Nähe und ich kann das mal ausprobieren. Denn ich würde euch wirklich nicht raten, einfach so da reinzugehen, weil das wird sehr teuer und das sieht man auch bei Ebay. Da kaufen sich Leute halt Sachen, probieren sie zu Hause aus, stellen dann nach einem halben Jahr fest oder nach wenigen Wochen, ja nö, ist nichts für mich und verkaufen das wieder und ich würde euch das gerne ersparen. Denn auch Einsteigersets kosten 500 Euro, wenn man sie nicht unbedingt bei Ebay Gebrauch kauft, was wir immer ausklammern. Ich nenne hier immer nur Neupreise, weil sonst wird das irgendwann einfach nur noch so eine Schnitzeljagd bei Ebay. Deswegen, es ist viel Geld und ich würde euch wirklich davon abraten, einfach so da reinzuspringen. Wenn ihr das dann jetzt gemacht habt und ihr sagt so, ja, das ist es, das würde ich gerne machen, würde ich euch wirklich dann dazu raten, erstmal an den Schreibtisch zu gehen. Warum jetzt unbedingt an den Schreibtisch? Sagen wir mal so, es gibt zwei Fälle. Der erste, du hast eine goldene Kreditkarte, dich juckt das nicht und du hast genug Geld auf dem Konto und du sagst dir, gut, pass auf, ich habe 2K habe ich auf der Hand oder vielleicht drei und ich gehe gleich volles Brikett rein. Diese Möglichkeit hat aber nicht jeder. Deswegen gehen wir mal auf Möglichkeit 2 ein, warum du an den Schreibtisch gehen solltest. So ein Rig, was man auf kurz oder lang sich irgendwann besorgen wird, egal in welcher Form, ob es jetzt Stahl ist oder mit alle Profile, da bist du meistens schon bei 300 bis 1000 Euro bist du schon dabei. Das wäre schon mal Nummer 1, die kommt dann zu den 500 Euro dazu. Da hast du dann noch keinen Sitz dazu, keine Monitore und dann kommt dieses ganze logistische Kladderer Dutch auch noch mit dazu. Deswegen, wenn du auf Budget arbeiten solltest und du keine American Express hast in Yolt, dann würde ich dir sagen, fahr erstmal eine Runde am Schreibtisch. Es gibt mittlerweile sehr schöne Möglichkeiten, seine Pedale mit Kanthölzern einfach unter den Schreibtisch zu machen, sodass man auch den Sitz reinhängen kann und sich da nichts verschiebt und dann kann man erstmal fahren zum Beginn, um sich da wirklich mal reinzufühlen, ob man wirklich auch die Nadel reinkriegt und sagt, ja, das ist mein Hobby, da will ich richtig reindiven, da will ich richtig Patte reinstecken und da will ich drei, vier, fünf Mal die Woche fahren. Wenn du das denn gemacht hast und du stellst dir so im Laufe der Zeit fest, du, ich möchte eigentlich wirklich ein bisschen mehr haben, dann würde ich dir empfehlen, dir einen Rig zu holen. Wie gesagt, egal in welcher Form, es gibt ja diese Stahldinger, die du dir kaufen kannst oder wie bei mir jetzt hier beispielsweise alle Profile. Ich persönlich präferiere Aluprofile, weil sie einfach viel modularer sind und du da einfach super viel Schnodder individuell ranbauen kannst. Bei den anderen Sachen kannst du das auch, wenn du jetzt aber nicht handwerklich begabt bist und du hast irgendwie einen Schweißerschein oder du bist ein Schweißer und kommst irgendwie am Metall ran, dass du das so ein bisschen alles selber für dich mit Halterungen individualisieren kannst oder du super viel nach irgendwelchen Schnodder suchen möchtest, dann ist Aluprofile eine Option und das würde ich dir auch erst mal ans Herz legen, dir dann einen Rig zu holen, weil immer in derselben Position sitzen bringt dir sehr, 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 sehr viel und trägt auch sehr viel zur Immersion bei, wenn du sehr nah am Boden sitzt und vielleicht in einem Schalensitz sitzt und so würde ich von dort aus erst mal weitergehen. Wenn du von da an immer noch Lust hast, nach einer Weile dir noch Sachen zu kaufen, würde ich dir raten, Pedale zu kaufen. Warum jetzt Pedale? Die Wheelbase ist das Lenken. Es macht ein bisschen, aber deine Pedale, wenn du jetzt ein Einsteigerset kaufst und davon gehen wir ja jetzt aus, hast du meistens nicht so gute Pedale. Was meine ich jetzt mit nicht so gute Pedale? Die sind, also es gibt viele Anfängerpedale, die haben zum Beispiel keine Lotzell oder die sind auf Dauer nicht wirklich stabil gebaut. Das heißt, da leiert irgendwann was aus, da tritt man irgendwann kaputt und deswegen würde ich dir dort anraten, dir vernünftige Pedale zu kaufen. Da gibt es auch mittlerweile welche, die auf Budget sind, also zwischen 300 und 500 Euro. Das ist jetzt hier in dem Falle Budget. Da gibt es auch noch ein bisschen was darüber. Das kannst du dir beispielsweise auf meiner Homepage anschauen. Dort findest du eine ganze Übersicht von den Pedalen, die ich bis dato getestet habe. Es gibt aber noch unendlich viele, die ich aber nicht getestet habe und da kannst du dir dann an der Stelle was raussuchen und hast an der Stelle was Vernünftiges. Wenn du dann noch weiter upgraden möchtest, sag ich immer, ich würde mir dann den Monitor suchen oder einen passenden Monitor. Einige Menschen fahren so wie ich jetzt hier im Teststrick da drüben auf einem ganz normalen einfachen 16 zu 9 Bildschirm und da kannst du dann halt gucken, ob du ultra wide gehen möchtest oder sogar den Schritt wagen möchtest auf Triple Screen. Wobei Triple Screen musst du gucken wegen Monitoranschlüsse, ob der Rechner es packt etc. pp. Aber das würde ich dann am Ende noch upgraden, dass du halt ein bisschen mehr siehst aus dem Auto und auch mal rechts und links ein bisschen gucken kannst und dort ein bisschen mehr von der Rennstrecke siehst und von deinen Kontrahenten. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchtest, dann kannst du noch die Wheelbase wechseln. Weil die Wheelbase ist, wie ich eben gerade schon gesagt habe, selbst wenn du im Budget einsteigst, reicht das in der Regel für ziemlich lange aus. Denn das, was du da spürst, ist völlig fein. Wenn du später, wie gesagt, mehr Immersion haben möchtest und noch weiter und tiefer in das Hobby einbringen möchtest, kannst du auch mal gucken, ob du vielleicht so eine an die 900 bis 1500 Euro dir kaufst und dann so das Nonplusultra hast. Ich hoffe an der Stelle, dass dir diese sechs Punkte so ein kleiner Leitfaden sind, wie du jetzt zum Equipment greifst und was du dir kaufst. Ich möchte abschließend noch mal sagen, in der heutigen Zeit kann man nicht wirklich sehr viel falsch kaufen. Ich weiß, dass ihr da draußen Bedenken habt, euch zu entscheiden, weil ihr bei Reviewern wie meine Wenigkeit jetzt vielleicht eine SimoCube seht und dann noch eine SimMagic und dann vielleicht noch eine Mosa. Am Ende des Tages könnt ihr da nicht wirklich sehr viel falsch machen. Ihr könnt euch das kaufen. Alles, was ihr hier gesehen habt, bei mir zum Beispiel auf dem Kanal, ich habe euch alle Informationen gegeben, die notwendig sind. Wenn ihr jetzt sagt, ich mag das Ecosystem von SimMagic, dann springt bei SimMagic rein, da könnt ihr nicht wirklich was falsch machen. Wenn ihr sagt, ich will das Nonplusultra haben und ich möchte mir eine SimoCube kaufen, kauft euch eine SimoCube, da kann auch nicht viel falsch gehen. Wenn du dir ein MosaSet kaufst irgendwo und du sagst, das spricht mich an und das ist völlig fein, dann spring da rein. Habt keine Angst davor, ihr könnt heutzutage ganz, ganz wenige Fehlkäufe machen und wenn zu irgendeinem Stück Hardware irgendwas Schlechtes unterwegs ist, werdet ihr das definitiv mit 10 Minuten googeln finden, denn die Simbracer da draußen sind sehr, sehr kommunikativ, was die Hardware angeht und wenn Fehler entstehen sollten oder auftauchen, werdet ihr das ganz, ganz schnell rausfinden zu der Hardware. Also habt keine Angst davor, guckt euch das an, macht euch ein bisschen schlau und falls doch nochmal irgendwann eine Frage ist, könnt ihr super gerne ins Discord kommen, schreibt in die YouTube Kommentare rein oder kommt zu mir in den Livestream und fragt einfach mal und dann quatscht mir eine Runde darüber. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, bedanke mich schon im Voraus für die ganzen Diskussionen, denn ich gehe ganz stark davon aus, dass da draußen der ein oder andere noch ein ganz kleines bisschen was dazu zu sagen hat und vielleicht sogar noch einen weiteren Punkt hinzufügen möchte, dann danke ich allen Kanalmitgliedern für die Unterstützung darüber hinaus, des Kommentierens und des Likens, also ihr könnt auch an der Stelle einen Daumen hoch oder runter da lassen, das ist für uns gutes Feedback und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Ciao Kakao, bis den Dansen!